Sensei von Shambhala III von Anastasia Novak Alle Ereignisse und Figuren sind von der Autorin erfunden. Jegliche Übereinstimmungen der Namen, Nachnamen und beruflichen Positionen der Person mit Namen lebender oder verstorbener Menschen, wie auch mit tatsächlich geschehenen Ereignissen, sind absolut zufällig und unbeabsichtigt. Ein Mensch triebt zum Licht, das reine Licht bewahrt, in das sich Ursprüngliche, das, woraus es erschaffen wurde. Denn es ist das von der Quelle ausgehende strahlende Licht. Aber oft nimmt der Mensch das reflektierende Licht als das Strahlende wahr. Davon geblendet, sehnt er sich nach der Wahrheit, nicht begreifend, dass es nur deren Verzerrung ist. Und nur das wahre Auge ist fähig, das Wesentliche zu sehen. Das Buch ist nach den Notizen aus dem persönlichen Tagebuch einer ehemaligen Zehnklässlerin zusammengestellt, das die Ereignisse des Sommers im Jahr 1991 widerspiegelt. Ein absolut ungewöhnliches Buch, welches nicht dem Stil der vorangegangenen Bücher folgt und dennoch eine Fortsetzung von Sensei von Shambhala I und Sensei von Shambhala II darstellt. Aber anscheinend wegen dieses Verbotes ist es für viele anziehend. Hier wird die Philosophie und Lebenseinstellung eines zufälligen, ziemlich reichen Besuchers des Zeltlagers der Jugendlichen beschrieben, die der Weltanschauung von Sensei fremd ist, die des Ariman. Doch in Wirklichkeit verbirgt sich hinter der Person des Ariman eine ganze Schicht an materiellen Werten, die heute in den Wünschen der Mehrheit der Menschen dominieren. Am Anfang während des Lesens versteht man zunächst nicht, warum den Menschen solch verborgene Details der Kehrseite des Lebens, die lediglich von einem sehr reichen, aber nicht dem besten Teil der Menschheit geführt wird, offenbart werden. Am Ende des Buches angelangt, wird einem bewusst, welch tiefer Sinn dem Werk durch die Autoren zugrunde gelegt wurde. Ein überwältigendes Buch, das den Schleier der Illusion von den Augen des gewöhnlichen Menschen reißt. Prolog Die Dunkelheit umringte das Wesen von allen Seiten und nur die orakelnde Stimme und das Schimmern des Feuers erzeugten die Illusion seiner Anwesenheit. Die Ankunft der Finsternis erwarten alle in Furcht. Das Datum des Endes aller Zeiten mutmaßend. Nur mit ihnen zusammen war des Teufels Geburt. Im Dunkeln ihrer Gefühle und Gedanken, wo Gott gefangen wurde. Wenn in den Verliesen die Türen vernagelt, derjenige, der die Dunkelheit sieht, vergisst das Licht. Sogar sein Geist in diesem Zweikampf des Unglaubens, mit Dunkelheit verschmelzend, wählt das Verbot. Gedankenmühsteine zermahlen alles augenblicklich. Das Korngut vom Feld wird zu Staub. Die Dunkelheit malt auch perfekte Idole, das ewige Sakrament durch das uralte Neue in Schatten gestellt. Derjenige aber, der mit allmächtiger Seele Licht im Inneren erblickte, reißt den Schleier der Dunkelheit ab. Er langt in einem Glauben das Ewige und öffnet die Türen in andere Welten. Durch Gottes Hand ist Geheimes geschrieben, aber vom Auge war es verborgen. Nur wer die Klänge des Sakralen vernommen hat, erfährt seine große Kraft. Von einem geheimnisvollen Zeichen ist die Zeit durchdrungen, was den rasenden Lauf beschleunigt. Die letzte Chance ist dem Menschen wie ein Geschenk gegeben. Der Richter ist bereits in der Welt und zieht das Fazit. Die Seele bebt, in ihr der Willen funkelt. Die Fackel ist von der unvergänglichen Kerze angezündet, der das Licht ihr schenkender, geboren in Freiheit, in den Schicksalen, der Jahrhunderte mit Strahlen durchdringt. Diese Welt ist erstaunlich. Jeder ihrer Momente ist unvorhersehbar und jeder zuversichtliche Schritt darin ist ein Schritt ins Ungewisse. Denn man weiß nicht, was danach kommt. Man kann träumen und Pläne für die Zukunft schmieden. Doch das Leben bringt unentwegt seine Korrekturen ein, ob man will oder nicht. Als nehme man an irgendeinem Spiel mit vielzähligen Prüfungen teil. Werden alle Prüfungen bestanden, erlangt man seinen Traum. Aber die Frage ist, ist die Erfüllung dieses Traumes all diese Nöte und Entbehrungen wert? Die Frage ist, wovon hat man geträumt? Seltsamerweise, wie durch ein unbekanntes Gesetz bestimmt, wiederholt sich aber bei allen Menschen dasselbe Elend. Wenn die Träume eines Menschen auf der Ebene des irdischen Daseins verbleiben und er alle Prüfungen bis zum geliebten Ziel bestanden hat, gibt sein verwirklichter Traum irgendwie nicht die erwartete Befriedigung. Und noch mehr noch, wird er mit der Zeit leer und wertlos. Doch die Kräfte darauf sind verschwendet und die besten Jahre sind vorbei und der Mensch verfällt wieder in Trübsinn und verwendet alle seine Kräfte zum Erreichen eines neuen Ziels der Existenz, obwohl er im Grunde genommen wieder in die gleiche Falle tappt. Und ein solch leeres Spiel setzt sich bis zu seinem Tod fort und am Ende das traurige Ergebnis. Er hat alles verloren, was möglich war. Die Lebenskraft ist erschöpft und alles um ihn herum scheint eine sinnlose Wiederholung derselben, unsinnigen Fehler zu sein, die jedoch nun von anderen Menschen begangen werden. Zum Schluss kommt der knöcherne alte Sensemann und spricht wie ein Kropier im Casino mit einem falschen Lächeln über die totale Niederlage. Entschuldige Mensch, aber heute war nicht dein Tag. Doch das Erstaunlichste ist, dass jeder sich an diesem Punkt für den einzigen Verlierer hält. Und der Arme versteht nicht mal, dass er in Wirklichkeit bloß nur ein Sandkörnchen aus der Milliarde genau solcher ist, die dank ihrer sinnlosen Träume ebenfalls in ein globales System der Lügen geraten sind. Dessen Werbetafel lautet Sie lebten wie alle und starben wie alle. Nur wenige wissen, dass es im Leben andere Wege um diesen alles verzerrenden Schlot des Daseins herumgibt. Und deren Wegweiser sind die geistlichen Ziele. Es bedeutet nicht, dass die Reise auf diesem Weg glatt und bequem verlaufen wird. Eher andersrum. Ständige Stolpersteine und Holperer durch das ganze Leben. Ständige Belastungsproben und Herausforderungen beim Erreichen des einzigen sehnlichen Wunsches. Zu Gott als reifes Geschöpf zu gelangen. Der Weg ist schwierig. Aber wenn man sich auf den inneren Kern des Glaubens konzentriert, ihn von Tag zu Tag festigt, geschieht ein Wunder. Die Überwindung von Schwierigkeiten verwandelt sich zu dem spannendsten Stalking. Die Widrigkeiten werden zu einem Warnzeichen für die Gefahren auf dem Lebensweg. Unerwartete Begegnungen und Ereignisse werden zu Wegweisern in die richtige Richtung. In Wirklichkeit ist alles einfach. Man sollte nur nicht den unsinnigen Träumen des Daseins nachgeben und nicht auf ihre breiten Straßen abbiegen, die in die Falle des weltumspannenden Betrugs führen. So seltsam es erscheinen mag, aber in Bezug auf einen solchen Lebensweg wie durch irgendein unbekanntes Gesetz wiederholt sich bei den Menschen, die mit all ihren Gedanken nach dem Geistlichen streben, dieselbe Geschichte. Mit Ehre und Würde die Jahre ihres Lebens gelebt, durch die Schwierigkeiten des Daseins, die Liebe zu Gott bewahrend, erlangen sie ungeahnte göttliche Kraft, seelische Erfüllung und inneren Frieden. Sie fürchten das Leben nicht, sie fürchten den Tod nicht. Denn für sie ist das Leben nur ein vorübergehender Zufluchtsort für die Seele. Und der Tod ist für sie die Pforte in das ewige Leben, in die Welt Gottes. Und der Kern liegt darin, dass geistliche Menschen nicht einfach glauben, sondern die Realitäten der höheren Welt kennen. Aber diejenigen, die sich im System der Täuschung befanden und sich durch Gedanken über das Materielle trösteten, sind nicht einmal in der Lage, daran zu glauben. Nicht nur, dass sie hinter dem Schleier des Daseins die wirkliche Realität nicht erkennen, sie sind auch nicht in der Lage, ihr eigenes Leben adäquat zu bewerten. Doch jedem in dieser Welt das Seine. Was man wählt, bekommt man auch. Wir wachten um die Mittagszeit auf. Die Sonne stand schon ziemlich hoch. Der Himmel war klar. Auf dem Meer herrschte Stille. Nach dem gestrigen Sturm sah das Ufer natürlich beeindruckend aus. Überraschenderweise wirkte der Teil des Ufers, an dem die gestrige Naturgewalt mit so einem außerordentlichen Zorn zusammenbrach, nicht nur vollkommen sauber, sondern in gewisser Weise sogar erneuert. Dieser erneuerte Bereich zog sich entlang der gewundenen, vom Meer selbst gezeichneten Grenze, in Form von angeschwemmten Algen und aller Art von Zivilisationsmüll. Als ob das Meer den Menschen einen Streich spielte, indem es deren eigenen Abfälle reichlich zurück ans Latt schüttete. Immerhin kann das Meer für sich selbst, für seine ufernahen Bereiche einstehen. Lediglich ein einziger mächtiger Sturm. Und was für eine Ordnung. Welch ursprüngliche Reinheit. Der Bereich des Ufers, der vom Wasser verschont blieb, bot einen ziemlich jämmerlichen Anblick, einschließlich der Stelle, wo sich unser Zeltlager befand. Aber dieses Chaos war nichts im Vergleich zu den Eindrücken der gestrigen Ereignisse. Als ob es nicht schon genug war, dass sich mein Körper durch den durcheinander geratenen Schlaf-Wach-Rhythmus in einem völlig zerschmetterten Zustand befand, wie ein Auto nach einem Unfall, so gingen auch die Gedanken in ihren Emotionen durch die Decke, während sie die gestrigen Szenen von Senseis Vorführungen und Erzählungen Review passieren ließen. Wobei diese Eindrücke vor dem Hintergrund des allgemeinen körperlichen Unwohlseins so lebhaft waren, als ob das alles gerade erst geschehen wäre. Als ob es diese Schlafstunden, die uns von der uns beeindruckenden Realität von Senseis Welt trennten, nicht gäbe. Es war offensichtlich, dass nicht nur ich mich im Bann der gestrigen Eindrücke befand, denn das erste, wovon die Jungs nach dem morgendlichen Spaziergang sprachen, waren die am Vorabend geschehenen Ereignisse. In diesem Durcheinander vielseitiger Eindrücke gingen wir das Aufräumen des Zeltplatzes an. Nachdem wir vorher in Eile eine Trockenration zu uns genommen hatten, es gab viel zu tun, aber dank der gemeinschaftlichen Organisation unter Leitung von Sensei ging die Arbeit schnell von der Hand. Die älteren Jungs fingen an, die Zelte gründlich zu befestigen und die Autos in einen ordentlichen Zustand zu bringen. Die anderen begannen, den Müll vom Zeltplatz aufzuräumen, die eigenen Sachen zu waschen und gründlich zu trocknen, die durch den gestrigen Sturm gelitten hatten. Nachdem wir unsere stürmischen Haushaltstätigkeiten demonstrieren, zwischen den Zelten die Seile gespannt, sowie unsere Sachen darauf aufgehängt haben, sah unser Camp wie ein Zigeunerlager ähnlich. Die Menge summte, wie ein gestörter Bienenstock. Hier und da hörte man die Gespräche und Diskussion darüber, was man gestern von Sensei gesehen und gehört hat. Und weil ich mich beim Aufräumen unseres Zeltlagers mal bei einer, mal bei der anderen Gruppe aufhielt, hatte ich die Möglichkeit, ihre Eindrücke mitzuhören. Nein, unglaublich! Was für eine Kraft doch ein Gedanke hat, sagte Kustik, während er den vom Sturm zugemüllten Teil des Strandes mit uns zusammen aufräumte. Ja, Sensei zeigte uns gestern die höchste Klasse, antwortete André. Oh ja, nickte Ruslan. Wir hatte... Wir saßen nur da, ping! Und dann kam so ein Sturm. Ich dachte, das Ende der Welt ist gekommen. Ich hatte keine trockene Faser am Leib. André schmunzelte. Du bist ja ein Egoist. Man kann denken, du bist allein nass geworden und alle anderen sind trocken geblieben. Nein, das habe ich nur so allgemein gesagt. Wandte Ruslan schnell ein, um sich zu rechtfertigen. Aber was sind unsere nassen Klamotten im Vergleich zu so einem, so einem, versuchte Yuri aufgeregt, seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen, konnte aber die passenden Worte doch nicht finden. Als Kustik seinen Bereich aufräumte, hob er ein trockenes Ästchen auf und probierte, wie es schmeckt, aber verzog sogleich sein Gesicht und spuckte es wieder aus. Pfui! Was für ein ekelhaftes Zeug! Er warf es auf den Müllhaufen und sagte, sein Gesicht verziehend, wie gelang es nur Sensei, das bittere Wermutkraut süß zu machen. Andrei, der auf seine Mimik blickte, brach in Lachen aus und sagte, du hättest es probieren sollen, als man es dir angeboten hat, statt dich anzustellen. Kustik ignorierte den Spott seines Freundes und versuchte der Sache nachdenklich auf den Grund zu gehen. Verstehe ich nicht. Vielleicht kam es mir nur so vor, dass es süß war. Na klar, warf Andrei ironisch auf. Es kam mir auch nur so vor und den Jungs kam es nur so vor. Entschuldige, aber ich bin noch in der Lage, Zucker von Pfeffer zu unterscheiden. Ja, aber wie hat er das gemacht? Konnte sich Kustik nicht beruhigen. Offensichtlich schwankte er zwischen seinem Unglauben und dem, was er gestern persönlich sah und sogar kostete. Wie, wie? ahmte Andrei seine Intonation nach. Was hängst du an mir wie eine Klette? Da ist Sensei. Frag ihn doch. Andrei brachte den nächsten Müllhaufen in das entfernte Schilf. Als er zurückkam, äußerte Kustik ihm wieder seine geniale Vermutung. Vielleicht war es eine Massenhypnose. Nun, was ich noch verstehen kann, dass man uns in einen Hypnosezustand bringen könnte. Aber das Meer? Es spuckt darauf. Es ist doch das Meer. Ja. Zerschmetterte Andrei die weitere Version seines Freundes. Ja, das Meer kann spucken, bejahte Ruslan, der anscheinend die letzten Worte hörte. Während er den Müll zum gesammelten Haufen heranschleppte, die Jungs lächelten und Andrei sagte munter, Und überhaupt hatten wir alle viel Glück, dass wir Sensei getroffen haben. Nur ein Abend und wir konnten so viel erfahren und sehen, wie wir im ganzen Leben nicht gesehen hätten. Nun, angenommen nicht so viel erfahren wie gesehen, brachte Kustik entgegen. Ich zum Beispiel habe es nicht verstanden, wie er das gemacht hat. Du bist mir ja ein Philosoph. Mit deinem Kopf kann man nur den Stein der Weisen zerbrechen, amüsierte sich Andrei über ihn. Nicht schlimm, sei nicht traurig. Wirst älter, dann wirst du es verstehen. Man könnte denken, du hättest etwas verstanden, antwortete Kustik spitz. Theoretisch? Ja. Es bleibt nur, sich das praktisch anzueignen, lachte Andrei. Nein, Andrei darf man das Praktische noch nicht anvertrauen, meldete sich Ruslan vergnügt. Denn er ist so ein Bursche, das Starten würde klappen, aber zum Stehen wird es danach keiner bringen können. Die Jungs lachten, als ich meine Arbeit beendet habe, ging ich Tatjana helfen. Sie beschäftigte sich mit dem Aufräumen neben den Zelten, die die älteren Jungs, Eugen und Stas, befestigten. Wie es sich herausstellte, verlief das Gespräch der Jungs ähnlich wie bei den anderen, allerdings redeten sie leise, bemüht, die Aufmerksamkeit nicht auf sich zu ziehen. Weißt du, wenn ich mich an diesen Sturm erinnere, komme ich immer noch ans Zittern, sagte verlegen Eugen zu Stas, das nächste Zeltseil anspannt. Wie lange hielt denn Sensei den Becher mit Meerwasser in der Hand? Nur eine Minute. Und was für ein Sturm brach dann aus? Ehrlich gesagt, ich dachte, wir werden alle weggespült. Ich habe mich sogar gedanklich mit Verwandten verabschiedet. Du warst nicht der Einzige, der es schaffte, sich zu verabschieden, bemerkt es das. Es ist kein Spaß mehr, es ist eine ernstzunehmende Kraft. Weißt du, ich habe erst jetzt erkannt, wie ernsthaft all das ist, wovon Sensei uns erzählt und was er uns beizubringen versucht. Stell dir vor, was für eine Verantwortung es ist, über dieses Wissen zu verfügen. Aber echt, käme es in schlechte Hände? In die Hände? Okay, nur nicht in die Köpfe, sagte Eugen, Der Kopf ist allem übel die Ursache. Daher sollte man ernsthafter am eigenen Kopf arbeiten, um den ganzen Müll darin zu beseitigen, sonst kommt doch ab und zu ein hinterforziger Gedanke. Genau, egal wie man darauf achtet, es kommt dennoch vor, dass ein nichtsnutziger Gedanke durchrutscht. Das heißt, man sollte es tiefgründiger angehen, die geistliche Arbeit, das ist wesentlich wichtiger als unser ganzes kleinliches Leben. Eugen schwieg, während er einen Hering in den Sand einschlug. Und dann sagte er nachdenklich, Richtung Meer schauend, ich habe heute gar nicht geschlafen, ständig hatte ich diese Welle vor Augen. Ja, hätte Sensei damals das Meer nicht aufgehalten, stell dir vor, hier gäbe es schon gar nichts mehr. Das stimmt, nickte Stas traurig. Es wird einem einfach schaurig, von dieser Erkenntnis. Ach, seufzte Eugen schwer und begab sich mit Stas zu einem anderen Zelt. Als Tatjana und ich vertieft im Aufräumen waren, näherten wir uns, ohne es zu bemerken, den Autos, bei denen sich Sensei Nikolaj Andreevich, Valoria und Viktor aufhielten. Alle vier versuchten, den Volga von Nikolaj Andreevich in den sachgemäßen Zustand zu bringen, indem sie am Motor schraubten. Andreevich, ich verstehe es immer noch nicht. Wie ist es dir nur gelungen, ihn heute Nacht anspringen zu lassen, sagte Valoria lachend. Worauf Nikolaj Andreevich lächelnd antwortete, will man leben, kriegt man so einiges zum Anspringen. Die Männer lachten und als das Lachen aufhörte, sprach Valoria, Tja, einen denkwürdigen Abend hatten wir gestern. Vor allem so viele Eindrücke stimmte ihm Nikolaj Andreevich zu. Sensei zündete sich eine Zigarette an. Viktor nutzte seinerseits den Augenblick der allgemeinen Verschnaufpause, um eilig mit Sensei seine Gedanken zu teilen. Ich konnte bis morgens gar nicht einschlafen, dachte ständig nach. Wie kann es nur möglich sein, dass die Menschen, die sich neben dem Heiligen befanden, wohlgemerkt, neben Agapit persönlich, auf einen Schlag seine Lehre gegen dieses Alltagsleben tauschten? Viktor schaute mit Verachtung um sich herum und sprach mit Gefühl gegen dieses Chaos. Es ist doch alles vorübergehend. Es sind Augenblicke, als würde man die sofortige Sättigung gegen den ewigen Hunger austauschen. Nein, das verstehe ich nicht. Wie konnten die Menschen nur bis zu solch einer Erbärmlichkeit sinken, so die Welt Gottes dieser Illusion des Daseins vorziehen? Na, was willst du? sagte Sensei irgendwie traurig lächelnd. Menschen sind eben Menschen. Sie zweifeln sogar selbst die Existenz Gottes an. Und du sprichst von der Ewigkeit. Deswegen wählen sie auch das, was sie sehen und nicht das, was in ihrer Seele fühlen. So sind Menschen. Manchmal ändern sie am Tag dreifach ihre Meinung und du sprichst von irgendeiner globalen Wahl in welche Richtung er fließt. Dorthin werden sie auch von der Strömung getrieben. Da fielen laute Schreier am Ufer. Dort unter dem Gelächter der Jungs jagt es das Eugen mit dem selben Becher in der Hand, mit dem Eugen gestern Meerwasser geholt hat. Der Junge jagte seinem Freund nach und rief lachend, das ist doch dein Lieblingsbecher, worauf Eugen ihm geschickt ausweichend schrie, nimm ihn weg von mir. Ich bin allergisch gegen diesen Becher, weg damit, habe ich gesagt, sonst schiebe ich ihn dir sonst wohin und breche den Henkel ab. Sensei lächelte beim Anblick dieser Zähne, löschte seine nicht zu Ende gerauchte Zigarette und verschwand erneut unter der Motorhaube, um sich dem Motor zu widmen. Die übrigen Männer gesellten sich schnell zu ihm. Ich fing an, ihrem Gebrumme zu lauschen, in der Absicht, die Fortsetzung dieses Gesprächs zu hören. Von der Motorhaube kamen jedoch nur technische Begriffe rüber, bezüglich der möglichen Störungen am Wagen. Als ich begriff, dass es keine Fortsetzung geben würde, widmete sich meine Person der haushälterischen Tätigkeit. Etwa später begann die Gruppe gemeinsam die Vorbereitung des Mittagessens. Unsere junge Truppe, Andrei, Kostik, Slavik, Tatjana und ich wurden zum Kartoffelschälen zugeteilt. Nikolai Andreevich und Sensei blieben an dem Wagen hantieren. Und die anderen, Eugen, Stas, Viktor, Yuri, Ruslan, begaben sich unter der Leitung von unserem Spetsnaz Valole auf die Suche nach dem Brennholz für das Lagerfeuer und versuchten nebenbei das Schlauchboot zu finden, Kartoffeln zu schälen, ist natürlich eine witzige Sache. Diejenigen, denen es aufgrund der mangelnden täglichen Praxis schlecht gelang, wollten dementsprechend sie auch nicht besonders gerne schälen. Aber andererseits wollte man sich vor den Freunden nicht blamieren. Deswegen wurde ein Kompromiss im Humor gefunden. Alles begann mit Kostik. Er hatte nicht umsonst den Spitznamen Philosoph. Zuerst versuchte er ehrlich und gewissenhaft die Pelle von der nicht gefügigen Kartoffel zu schälen, wobei er die größte wählte. Aber nach der dritten Kartoffel erlosch sein Enthusiasmus. Seine Hartnäckigkeit wechselte zu Apathie und Betrachtung den hässlichsten Kartoffeln mit bizarren Auswüchsen und dann bekam der Philosoph unerwartet eine Inspiration. Wie ein wahrer Meister begann er ganze Figuren aus diesen Kartoffeln zu schaffen. Allerdings sie mehr in unserer Vorstellung ausmalend, so erschienen aus von Taurus, der einäugige Pirat, der mittel zusätzlicher Messerbearbeitung von Kostik noch zu einem Einbeinigen mit Holzfuß und zu einer Horrorfigur eines Außerirdischen wurde. Und danach entstand sogar ein Porträt von Andrea als alter Mann, worauf Andrei selbst sofort aus der Kartoffel eine ungefähre Visage von Kostik schnitzte, der er seinen Worten nach sicher in naher Zukunft ähneln würde, aber das spornte Kostik noch mehr an. Und er begann mit Enthusiasmus die Porträts aller Sitzenden auszusuchen, wobei Andrei mit seiner Skulptur noch Glück hatte. Seine weiteren Meisterwerk Porträts brachte Kostik sprachgewand in Zusammenhang mit unseren vermeintlichen früheren oder künftigen Leben. Wobei er versuchte, solche Missgestalten auszuwählen, dass man den Redner beinahe mit den faulen Kartoffeln samt Andreevich vorbeigekommen, hätte Kostik bald so wie das von Andrei geschnitzte Bild ausgesehen. Na sowas, schmunzelte Nikolai Andreevich die neben Kostik liegenden Kartoffelschalen betrachtend. Die ganze Zeit aufgeräumt und wieder dabei Unordnung anzurichten? Wir räumen es gleich auf, antwortete Tatjana für alle. Alles klar, lokale Kämpfe, machte der Psychotherapeut seine Bemerkung. Ach nein, einfach prophylaktische Maßnahmen, sagte Andree mit einem Lächeln. Prophylaktische Maßnahmen, äffte ihn Kostik nach. Wie ist es dir nur gelungen, solch kluge Worte in deinem Kopf zu finden? Weswegen in seine Richtung noch eine gute Handvoll Kartoffelschalen von Andree flog. Kostik versuchte lachend auszuweichen und sagte dann zu Nikolai Andreevich Ich bin ja genau wie Nostradamus, erzähle denen die ganze nackte Wahrheit über deren Zukunft und sie mich, den Propheten mit faulen Kartoffeln. Macht nichts, Kostik, ermunterte ihn Nikolai Andreevich. Nostradamus musste nicht nur das erleiden. Tja, Drangsalierung ist das Schicksal der Großen, sagte Kostik mit Pathos. Du sollst die Großen nicht beneiden, scherzte Andreevich über ihn. Wir werden dich auch so rumscheuchen. Alle lachten wieder und setzten ihre Arbeit fort. Bald kamen auch die älteren Jungs. Das Schlauchboot wurde zum Glück gefunden. Allerdings fehlten zwei Sitzkissen, aber das war nicht schlimm. Mit dem Brennholz sah es aber schwieriger aus. Nach dem gestrigen Sturm war kaum noch etwas trocken. Tja, mit so einem Vorrat kochen wir nicht mal eine Suppe, fasste Victor zusammen. Als er den gesamten bedauernswerten Haufen des trockenen Holzes anschaute. Muss aber Gaskocher kaufen, sagte Eugen mit Humor. Dem Hauptdarsteller des populären Kinofilms Gentleman der Erfolge nachahmt, sonst fällt das Feuer ganz dünn aus. Sind dennoch ein paar Kartoffeln übrig? fragte Victor und deutete auf den Eimer mit den von uns geschälten Kartoffeln. Es ist noch etwas da, sagte ich in die Tüte schauend. Gut, lasst uns sie unter das Feuer in den Sand eingraben. Wenn etwas auf dem Feuer nicht gar wird, dann klappt es wenigstens mit diesen. So beschlossen wir es auch. Eigentlich machten wir uns nicht wirklich Sorgen wegen des Essens. Der gestrige Fußmarsch zum Markt und die Auffüllung der Vorräte ermöglichten uns auch ohne warme Kost auszukommen, auf welch aber Nikolai Andreevich bestand, anscheinend auch Sorge um unsere Gesundheit. Wir machten das Feuer an, zuvor die ungeschälten Kartoffeln darunter eingegraben und starteten den Versuch, die Suppe zu kochen, ohne jede Hoffnung, mit einem solchen Vorrat an Brennholz aus den Kartoffeln noch ein zweites Gericht zubereiten zu können. Während dieses überaus komischen langen Kochvorgangs, welchen Kostig und Tatjana beaufsichtigten, bemerkte einer der Jungs eine wunderschöne weiße Yacht, die anmutig im Meer parallel zur Küste segelte. Relativ nah bei uns. Alle ließen ihre haushälterische Kleinarbeit stehen und sammelten sich am Ufer, diese schneeweiße Wunder auf dem Hintergrund des blauen Himmels und des dunklen Meerwassers anschauend. Nur Sensei und Nikolai Andreevich werkelten engagiert unter der Motorhaube des Wolgas. Manche haben Glück, sagte Ruslan neidisch. Die Leute segeln mit Yachten. Wer hindert dich daran, sagte der älteste Senpai Viktor. Dort ist das Schlauchboot. Geh und fahre. Hm, das ist doch ein Schlauchboot und das ist eine Yacht. sagte Ruslan und dehnte dabei das Wort Yacht genüsslich. Ja, mit so einer hätte ich auch nichts dagegen zu segeln, schloss sich Eugen unerwartet seiner Meinung an. Eine Schönheit, nickt es das. Auch Kustik, der die Arme vor der Brust verschränkte, versäumte es nicht, seine Meinung kundzutun. So eine habe ich nicht einmal im Fernsehen gesehen. Valodia schaute misstrauisch in diese Richtung und sagte, und was macht sie in unserer Gegend? Wahrscheinlich irgendein Patriot, ein neuer Russe vergnügt sich, spottete lächelnd Eugen. Ein guter neuer Russe, sagte Valodia humorvoll. Der Yacht nach zu urteilen mindestens ein Inhaber eines erdöl verarbeitenden Unternehmens. Ja, seufzte Viktor, so werden wir nicht leben. Und wenn doch, dann nicht lange. Na gut, kommt, gesehen und gut ist. Warum soll man sich von unerfüllbaren Träumen verführen lassen? Der Horizont wird sowieso in zehn Minuten wieder rein und der Himmel klar. Doch gerade, als wir auf Viktors Rat hin weggehen wollten, hielt die Yacht plötzlich direkt vor dem Lager. Dies fesselte erneut unsere neugierigen Blicke an sie. Die Leute auf der Yacht wurden hektisch und anscheinend wurde auf der Backbordseite ein Beiboot zu Wasser gelassen. Denn in wenigen Minuten tauchte hinter der Yacht ein ebenso schönes Boot auf, noch dazu ein ungewöhnliches mit geschnitzten Bordwänden und Rudern, das offensichtlich nach einem alten Stil gemacht worden ist. Darin befanden sich sechs Menschen, wobei einer von ihnen, gekleidet in einem weißen Anzug mit einem schneeweißen Hut auf dem Kopf, nicht wie die anderen saß, sondern im Boot stand und auf das sich nähernde Ufer blickte. Als das Boot etwas näher kam, konnten wir seine Passagiere genauer betrachten. Auf dem Bug, mit dem Rücken zu und saß ein Mann in schwarzer Kleidung, mit einem lustigen dünnen Zöpfchen auf halbkahlem Kopf. Er saß wie eine Mumie, ohne sich zu bewegen oder umzudrehen, als ob ihn das gar nicht interessierte, was auf dem Land vor sich ging. In der Mitte des Bootes befanden sich vier Ruderer Matrosen, in festlicher weißer Uniform mit blauem Besatz. Am anderen Ende des Bootes stand der Mann im weißen schicken Anzug, allem Anschein nach der Besitzer dieser Yacht. Seine Kleidung betonte seinen athletisch gebauten Körper, sein weißer Hut war auf die Augen geschoben und hüllte sie in einen geheimnisvollen Schatten. Der Kopf war leicht zur Seite geneigt, das Jackett war frivol geöffnet, die Hände in den Hosentaschen. Der Mann stand fest im Boot, völlig unbekümmert, dass er durch das zufällige Rütteln über Bord fallen könnte. Mit Verwunderung beobachteten wir das Geschehen und verstanden nicht, was da passiert. Lediglich Valodia, der die Situation richtig einschätzte, sagte, etwas stimmt hier nicht, wir sollten Sensei rufen. Als Sensei und Nikolai Andreevich dazu kam, war das Boot schon relativ nah am Ufer. Sensei, wer könnte das sein? erkundigte sich Stas neugierig und äußerte die Frage, die sich jeder stellte. Nun, wir sind doch hier sozusagen zu Besuch, antwortete Sensei etwas traurig und geheimnisvoll, die schmutzigen Hände an irgendeinem Lappen abwischend. Sensei war im Gegensatz zu uns überhaupt nicht überrascht von dieser Visite. Und wie es mir schien, vernahm er dieses Ereignis als gewöhnlich, als ob solche luxuriöse Yachten zu uns jeden Tag kam. Was meinst du mit zu Besuch, sträubte sich Eugen, die Arme in die Seite stemmt. Auf dem Territorium eines Naturschutzgebietes, präzisierte Nikolai Andreevich die Frage. Sowas in der Art, sagte Sensei und betrachtete aufmerksam mal, dass sich nähernder Boot mal den Reinigungsprozess seine Hände. Dieses Naturschutzgebiet ist aber nur auf dem Papier ein Naturschutzgebiet. An wie sich in Rechtswissenschaft spezialisierte. Wer braucht heutzutage noch diesen Sandstreifen? Wer wird ihn hier überwachen? Geld für diesen wüsten Fleck ausgeben? Da hast du recht, stimmte ihm Valoya zu. Außerdem, selbst wenn es jemandem so einem sowjetischen Chef gelungen ist, diese Nährung zu kaufen, würde er dann etwa mit so einer extrem teuren Yacht rumfahren? Nein, das ist eindeutig keine Aufsichtsbehörde. Wer weiß, zuckte Sensei mit den Schultern. Ich sage doch, das ist irgendein neuer Russe, erinnerte Eugen erneut an seine Vision und schaute auf denjenigen, der im Boot stand. Und was will er in unserer wilden Gegend, bei uns, den Ureinwohnern, wunderte sich Kustig. Hätte ich so eine Yacht, würde ich nur an namhaften Urlaubsorten anhalten. Wir haben doch Exotik, spottete André. Ich blickte mich um und dachte, das ist wahr, Exotik ist bei uns beeindruckend. Als ob es nicht genug wäre, dass hier, nach der Naturgewalt Chaos herrschte, hingen überall im Zeltlager unsere warmen Sachen und Hosen verteilt, wie in einer Obdachlosen Unterkunft. Nee, aber wirklich, was wollen sie? Verlor sogar Yuri die Beherrschung. Was, was, ihnen ist der Sprit ausgegangen? Spaste Eugen wie immer. Siehst du, wie sie sich abrackern beim Rudern? Die Gruppe lachte. So ist es bei uns wegen der großzügigen Seele in allem, lächelte Nikolaj Andreevich. Kaufen uns Yachten, begießen sie großzügig und schon morgens reicht es nicht für den Sprit. Das stimmt, nickte Valjodja und lachte mit allen zusammen. Als das Beiboot sich näherte, sprangen zwei Matrosen ins Wasser und zogen es an das Ufer auf den Sand. Die Passagiere stiegen aus. Entgegen unserer Erwartung an die Parlamentäre bewegte sich der Mann im weißen Anzug. Wie man sagt, ohne Einführung und namhafter Vorstellung seiner Person als erster in unsere Richtung. Dem Anschein nach war er etwa 40 Jahre alt. Mittlerer Größe äußerlich sympathisch die Züge seines männlichen und gleichzeitig charmanten Gesichtes waren könnte man sagen perfekt. Ein tadellos sitzender weißer eleganter Anzug anscheinend maßgeschneidert harmonierte gut mit der schönen Bräune seines Gesichtes und seiner Hände. Auf dem Mittelfinger der rechten Hand funkelte ein massiver goldener Ring mit einem riesigen länglichen roten Rubin seitlich mit blauen Stein verziert. Neben Selbstvertrauen und Gelassenheit strahlte das ganze Äußere des Fremden irgendeine unsichtbare Überlegenheit aus. Noch vom Weiten wehte in unsere Richtung ein angenehmer Duft anscheinend seines Herren Parfüms. Links von ihm in geringer Entfernung wie ein Schatten trippelte ein kleiner Mann in einem schwarzen chinesischen Kimono. Er war offenbar östlicher Herkunft mehr einem Chinesen oder Mongolen ähnlich. Er hatte schmale Augen und eine breite Stirn. Der halbe Kopf zusammen mit dem Scheitel waren sorgfältig rasiert und diese Glatze leuchtete wie poliert. Die seitlich gebliebenen teerschwarzen Haare waren am Hinterkopf in ein akkurates dünnes Zöpfchen geflochten. Im Gesicht stand wie ein Stempel ein freundliches Lächeln, obwohl die Augen kalt waren und keinerlei Gefühle ausdrückten. Der Mann bewegte sich im Unterschied zu seinem Boss lautlos und schleichend und trat mit nackten Füßen in den heißen Sand. Als er näher kam und Sensei unter uns sah, lächelte der Herr der Yacht breit. Sein Lächeln war charmant, einnehmend. Zu unserer unbeschreiblichen Verwunderung ging dieser Mann auf Sensei zu und begrüßt ihn wie einen alten Bekannten. In derselben für uns geheimnisvollen singenden Sprache, die dem Vogelgesang ähnelte. Sensei antwortete ihm auch etwas und drückte seine Hand mit einem aufgesetzten Lächeln. Soweit ich das beurteilen konnte, war er nicht sehr glücklich über diese Begegnung. Ich dachte, dass dies offensichtlich an den nicht so guten Nachrichten lag, die offenbar in der für uns unverständlichen Sprache übermittelt wurden. Auf jeden Fall war diese Spannung nur auf einer intuitiven Ebene zu spüren, denn sowohl Sensei als auch dieser Mann sagten etwas zueinander und lächelten. Nachdem sie unverständliche Sätze in der melodischen Sprache gewechselt hatten, begann der Mann plötzlich mit Sensei auf Russisch zu sprechen, ohne geringsten Akzent. Wie ich sehe, du bist wie immer nicht allein. Interessiert sich die Jugend etwa immer noch für den Osten? sagte er mit einem freundlichen Lächeln und betrachtete unsere Gruppe mit einem Blick, der entweder spöttisch, durchdringend oder prüfend war. Wie du siehst, antwortete Sensei, der unbekannte schmunzelte. Es ist doch Schnee von gestern, heute scheint der Westen der Trendsetter zu sein. Nun, das ist Ansichtssache, obwohl es ist nicht wichtig. Und nach einer Pause fügt er der ungebetene teatralisch hinzu. Ich habe es doch vergessen, in diesem Land lebt sich jede Mode schwer. So ist es eben. Der Mann schaute wieder flüchtig unsere Gruppe an und hielt seinen Blick nur kurz auf Tatjana und auf mich. Nun, stell mich deinen Freunden vor. Und wie soll ich dich vorstellen? fragte zweideutig lächelnd Sensei. Ja, du hast recht, nickte der andere rasch, wieder breit lächelnd. Mein Titel klingt jetzt sehr lange, deswegen können wir ohne Protz Formalitäten und lange Vorrede auskommen. Wie man so sagt, in der Kürze liegt die Würze. Und dann, absolut unerwartet, reichte er mir die Hand und stellte sich vor. Ariman, es geht auch einfach Arik. Vor Schreck wich ich sogar ein wenig zurück. stammelte ich mit einer heiseren, für mich untypischen Stimme, wie man sagt, den entscheidenden Moment verpatzt. Dann aber entstand eine völlig komische Situation. Aus Gewohnheit fing ich an, seine Hand fest zu drücken. Gleichzeitig versuchte ich, das durch den Schreck in meinem Körper entstandene Zittern zu beruhigen. Währenddessen bemühte sich der Mann, meine Hand an die Lippen zu führen und zu küssen. Aber anscheinend brachte auch ihn solche Unbeholfenheit durcheinander. Endlich gelang es ihm, meinem krampfhaften Drücken zappelnde Hand mit einem festen Griff zu fixieren und seine Lippen auf sie zu legen. Der Ausdruck solcher galanter Manieren brachte mich vollkommen aus der Spur des Gewohnten. Ich fühlte, wie nicht nur meine Wangen, sondern sogar auch die Ohrenspitzen erglühten. Meine Person senkte schnell den Blick und war bereit, vor Scham über die eigenen Manieren im Boden, besser gesagt im Sand zu versinken. Mit Tatjana klappt es bei ihm alles viel einfacher und eleganter. Offenbar schaffte sie es durch die Beobachtung meines misslungenen Handschlags, sich auf solch eine Begrüßung vorzubereiten. Aber als der Mann zur Begrüßung der Männerrunde überging, reichte ihm unerwartet als der Bursche machte einen Knicks und reichte ihm wie eine ehrenwerte Dame seine Hand für einen Kuss, anscheinend um der weiblichen Hälfte anzudeuten, wie es zu machen sei. Dabei fügte er kokett mit hoher Stimme zu Eugen dabei richtete er sich allerdings sofort auf, änderte die Haltung der Hand von der Darreichung zum Kuss in einen Händedruck und sagte mit einer Männestimme Für sie aber gerne einfach Eugi Von solch einem humorvollen Auftritt brachen alle in einem lauten Gelächter aus, einschließlich Sensei und Ariman. Sogar der Chinese erlaubte sich zum ersten Mal in der ganzen Zeit ein aufrichtiges Lächeln. Eugens Aktion entschärfte etwas die Situation der ersten Verlegenheit und Ungeschicklichkeit. Als Ariman alle kennengelernt hatte, sagte Eugen geschäftig und nickte dabei in Richtung der prächtigen Yacht. Ein ordentliches Boot. Mir gefällt es auch, lächelte Ariman und sagte, das Ufer mit einem Blick streifend. Ich sehe, ihr hattet hier einen ordentlichen Sturm. Ja, es wurde jeglicher Müll angeschwemmt, nickte Sensei. Wir haben den halben Tag aufgeräumt, schloss sich dem Gespräch Viktor an, der daneben stand. Haben Sie den gestrigen Sturm etwa nicht mitbekommen? wunderte sich Nikolai Andreevich. Gestrigen? fragte Ariman nach, legte Sensei verstohlen an und antwortete, nein, nichts davon mitbekommen, ich war weit weg von hier. Das ist aber schade, gab auf einmal Eugen mitfühlend von sich. Es wäre interessant zu sehen, ob dieses Boot einer solchen Naturgewalt standhalten könnte. Ariman lächelte und sagte stolz, soweit ich mich erinnern kann, überstand es auch atlantische Stürme, geschweige denn irgendein Bech. Er wollte noch irgendein Wort sagen, überlegte es sich aber offenbar anders und nickte dann zum Meer hin. Ein Sturm in dieser Pfütze. Ein robuster Pott nickte Eugen anerkennt. In diesem Moment nahm ich wahr, wie sich ein ekelhafter Brandgeruch in der Luft verbreitete Die Anderen spürten ihn offensichtlich auch, versuchten aber mit all ihrem Benehmen, da sie die Quelle nicht direkt ausmachen konnten, sich kultiviert zu zeigen und den seltsamen Gerüchen keine Beachtung zu schenken. Schließlich hielt Ariman es nicht aus und sagte Jungs Jungs Ich glaube bei euch brennt etwas an. Die Suppe besann sich Tatjana und lief mit Kustik zu unserem misslungenen Eintopf auf dem Feuer. Eugen machte aber dabei eine ernste Miene als ob nichts besonderes passierte und sprach mit der Stimme eines gastfreundlichen Herren aus Hätten sie nicht Lust mit uns zu speisen? Einige von uns hielten es nicht aus und brachen in Gelächter aus weil es klar war dass unser Mittagessen wie man so schön sagt ruiniert war Ariman schätzte Eugens Witz auch und antwortete amüsiert besten Dank aber ich habe einen Gegenvorschlag ich lade euch ein mit mir Mittag zu essen ich würde mich freuen wenn ihr mich mit eurer Anwesenheit beehren würdet für sowas sind wir immer zu haben mit dem größten Vergnügen antwortete Eugen lebhaft Dankesworten zu ergehen wir erweisen mit Freude ihnen diese Ehre weil es für uns auch eine Ehre ist ihnen die Ehre mit unserer Ehre ihre Mahlzeit mit unserer Gesellschaft teilen zu können zu erweisen von diesem Wortspiel wälzten sich alle wieder vor Lachen und zusätzlich zu all dem verbeugte sich Eugen so gut er konnte auf majestätische Art vor den geschätzten Gästen Ariman lachte zusammen und zuckte dann mit den Schultern kann man etwa den mitreißenden Worten eines solchen angeborenen Redners widerstehen ich bin froh dass ihr mit solcher Würde meinen Vorschlag angenommen habt alle hielten es für einen weiteren Scherz und lachten wieder währenddessen schaute Ariman in Richtung des Chinesen und sagte leise Veliar richt es ein als ich den Namen des Chinesen hörte wunderte ich er passte gar nicht zu seinem äußeren irgendein Xingqiu Changxi würde allenfalls noch gehen aber Veliar das war schon zu viel für so eine verschwiegene finstere Person wie er als der Chinese den Auftrag erhalten hatte verneigte er sich respektvoll vor Ariman und entfernte sich eilig in Richtung des Beibotes und während er irgendwelche Anordnungen den wartenden Matrosen gab fragte Viktor Ariman sagen sie interessiert sich ihr Begleiter auch für asiatischen Kampfsport nach den Schwielen an seinen Händen zu urteilen ja er ist ein guter Meister sagte Ariman stolz und welche Stilrichtung trainiert er wurde Viktor neugierig naja von allem ein bisschen antwortete er ausweichend und erkundigte sich dann interessiert wieso gibt es etwa den Wunsch sich warm zu machen lässt sich einrichten antwortete Viktor bescheiden und zuckte mit den Schultern oh ja meldete sich Eugen der ihr Gespräch mitbekommen hatte der Wunsch ist da und zwar mehrfach nun wenn er da ist dann gibt es kein Problem lächelte Ariman ich schaute in die Richtung wo sich das Beiboot befand zu meinem Erstaunen nahmen die Matrosen nachdem sie von Velia den Befehl erhalten hatten holten sie den Außenbordmotor aus dem Boot montierten ihn am Beiboot und fuhren schnell vom Ufer weg der Chinese aber kehrte wieder eilig zurück wie ein treuer Hund zu seinem Herrn Ariman begann ihm etwas schnell in einer Fremdsprache zu erklären oh wunderte sich Eugen und fragte leise Sensei und in welcher Sprache plappert er da das ist Wu einer der chinesischen Dialekte antwortete er ach so sagte der Bursche gedient als ob er das wusste aber vergessen hatte und was sagte ihm erkundigte sich Valodia der neben ihm stand Sensei wollte ihm gerade etwas antworten als Ariman sich zur Gruppe drehte und sich höflich entschuldigte verzeiht mir er versteht nicht alle Wörter auf Russisch ich musste es ihm in seiner Muttersprache erklären na machen wir uns warm was jetzt sofort gab Eugen verwundert von sich klar worauf sollen wir noch warten Willia brennt auch darauf antwortete Ariman mit einem lächeln entweder scherzhaft oder ernst gemeint solange das Mittagessen vorbereitet wird schaffen wir es einen Sieger zu kühren die Jungs unterstützten aktiv diese Idee denn es entsprach nicht ihren Prinzipien sich eine gute Gelegenheit zum Sparing entgehen zu lassen vor allem mit einem unbekannten Partner wir entfernten uns ein wenig von unserem Lager die Jungs begannen mit dem Aufwärmen Eugen der offensichtlich am meisten darauf brannte an dem Kampf teilzunehmen näherte sich Sensei und Ariman die sich gerade an der Seite über etwas unterhielten mit Blick auf die Schwielen auf seiner Faust die vielleicht etwas kleiner als Williars Kopf war fragte Ariman Ist es schlimm wenn ich ihn versehentlich umniete und der Bursche nickte leicht mit einem schiefen Lächeln in Richtung von Williar neben dem groß gewachsenen Eugen sah der Chinese aus wie ein Lilliputaner Ariman lächelte und nickte zustimmt mach das in China gibt es noch jede Menge von denen Williar ging in Erwartung seines ersten Gegners hin und her und schüttelte seine Hände leicht als ob er sie entspannen wollte offenbar hat der Chinese etwas gespürt als sich Eugen bei Ariman nach seiner Person erkundigte denn danach warf Williar ein paar abschätzende Blicke in Eugens Richtung als dieser erneut begann sich aufzuwärmen nachdem sie sich warm gemacht hatten sammelten sich die Jungs neben einem improvisierten Sandring zusammen als erster brennend vor Ungeduld kam Eugen in den Ring in den Augen von Williar entfachte ein schlingelhaftes Feuerchen als ob der Chinese sich freute gerade Eugen als Barings Partner zu sehen nach den üblichen rituellen Verbeugungen klatschte Ariman in die Hände und der Kampf begann Eugen war anschein dermaßen seine Siege sicher dass er beschloss mit dem Chinesen nicht lange zimperlich umzugehen gegen ihn stehend wie ein Bär gegen ein Frettchen versuchte er ihn mit einer Hand zu packen um ihn mit der anderen scheinbar wie eine Fliege zu klatschen aber von wegen gerade hatte der Bursche das Glück den Kimono auf der Brust seines flinken Gegners zu erwischen als William mit einem geschickten Ruck an seinem Arm zu sich und nach unten Eugen wie eine Feder warf so dass er einen vollen Salto in der Luft machte beinahe im Chor gaben alle einen verwunderten Laut von sich nachdem Eugen gestürzt war führte er sofort nach erarbeiteter Taktik schnell eine Rolle aus und sprang wieder auf die Beine auch wenn sein Körper automatisch handelte konnte er selber nicht seinem verblüfften Blick nach daran glauben dass irgendein kleiner Chinese so geschickt sein Ego umwarf dieser Umstand spornte Eugen noch mehr an er breitete seine Arme wie Fischernetze aus und begann sich Willia mit Zickzack Läufen mit halb gebeugten Beinen zu nähern dieser führte einige abweichende Rückwärtsschritte aus als ob er wirklich die Falle von Eugen fürchtete doch dann sprang der Chinese schnell auf täuschte im Flug mehrere präzise Tritte gegen den Kopf vor und trat als er landete sofort in sicherer Entfernung zur Seite seine Schläge waren so nah am Ziel dass Eugen der nicht mit so einer Frechheit gerechnet hatte irgendwie verblüfft war und wertvolle Momente des Kampfes verlor der Chinese verschwendete keine Zeit und sprang wieder zu ihm hinüber und verpasste ihm mit einer Drehung einen kräftigen Beinstich aber mit einer so unnatürlichen Kraft für seine kurze Statur dass Eugen sofort auf den Rücken fiel und seine Beine über seinen Kopf zurück gewarf Willea der die Position seines widerspenstigen Rivalen ausnutzte klatschte spielerisch mit der Hand auf Eugens Hinterteil unter dem Gelächter der Menge sprang der Bursche wie verbrüht auf und rieb sich dabei die besagte Körperstelle offenbar war dieser peinliche Klaps für ihn schlimmer als eine Ohrfeige seinem mürrischen Blick nach zu urteilen hatte er sich bereits von seinen törichten Träumen eines schnellen Sieges verabschiedet und stellte sich auf ein ernsthaftes Sparing ein in den nächsten Schlag versuchte Eugen seine ganze Kraft zu legen aber Velia änderte schnell seine Technik auf Aikido um und schickte seinen Gegner unter Ausnutzung seiner Kraft in die Luft und verpasste ihm zu guter Letzt einen Tritt in den Hintern als Belehrung an diesem Punkt konnten die Leute ihr Lachen nicht mehr zurück halten Eugen sprang auf die Beine stürzte sich wieder in den den Kopf an aber Velia der schnell in die Hocke ging schlug ihn mit einem weiteren Beinstich nieder der Bursche fiel wieder auf den Rücken und Velia hatte obendrein einen Tritt in den Schritt vorgetäuscht das wirkte so echt dass von den männlichen Zuschauern ein mitfühlender Echzer zu hören war Aua für Eugen war das wohl der letzte Tropfen seiner Geduld aufgesprungen führte der Bursche eine ganze Serie an Angriffstechniken durch aber wie er sich auch anstrengte und bis zum äußersten ging trafen seine Hände und Füße nur ins Leere denn der Chinese wich auf nicht nachvollziehbare Weise den zerschmetternden Fäusten Eugens buchstäblich um Millimeter aus doch damit nicht genug ungeachtet der blitzschnellen Arbeit des Gegners gelang es Velia nicht nur den Schlägen noch effektiv Gegenschläge auszuführen im Grunde genommen wurde es allen klar wäre es ein echter Kampf gewesen hätte Eugen keine Chance doch Eugen stürzte sich immer wieder in den Kampf und ignorierte dabei seine offensichtliche Niederlage Ariman der offenbar schon Mitleid mit ihm hatte klatschte in die Hände und beendete damit das Baring Eugen war so niedergeschlagen über das was geschehen war dass er ohne die rituelle Verbeugung auszuführen Velea hingegen verbeugte sich ohne jeglichen Groll höflich und vornehm vor ihm und vor Ariman als wäre er das großmütigste und barmherzigste Geschöpf der Welt nach solch einem Kampf stieg bei unseren Kämpfern die Anspannung der Chinese beherrschte sowohl seinen Körper als auch seine Technik meisterhaft seine Technik war in vielerlei Hinsicht anders als das was Sensei uns unterrichtete als zweite meldeten sich Stas und Victor zu zweit gegen einen dieser Umstand spornte Velea aber offensichtlich nur an und machte ihm noch mehr Appetit auf diesen Kampf nach dem rituellen Verbeugen stellten sich die Jungs etwa im 90 Grad Winkel zum Chinesen der Chinese hingegen stand halbseitlich zu ihnen und behielt seine beiden Gegner im Blick nach dem Klatschen fing der Kampf an Victor griff Velea als erster mit einem geraden Ski Schlag an Durch eine schnelle Gegenbewegung fing Velea emotionslos den Angriff gerade in dem Moment ab als Victor die Kraft in den Schlag hineinlegte und dessen Richtung nicht mehr verändern konnte dabei fing der Chinese den Angriff nicht nur ab sondern leitete ihn auf Stas um der dazu sprang Unsere Kämpfer die unerwartet aufeinandertrafen fielen beide zusammen den Gesetzen der Physik unausweichlich folgend Velea hingegen zog sich selbstgefällig zurück und versuchte nicht einmal ihnen weitere Schläge zu verpassen er betrachtete nur spöttisch ihre Versuche sich so schnell wie möglich voneinander zu lösen ebenso wie das übrige lachende Publikum Die Jungs standen auf und starteten einen gleichzeitigen Kreuzangriff auf Velea Er ging scharf in die Defensive und sprang zur Seite und ohne Zeit zu verlieren griff er sie sofort mit einem harten Gegenangriff an wobei er einige unverständliche heftige Schreie machte die entweder wegen ihrer Lautstärke oder wegen der Wortkombination einen unangenehmen Klang erzeugten der sogar die Zuschauer wie mit einem Ball betäubte was nicht nur erschrecken sondern auch sehr unangenehme Empfindungen irgendwo in der Bauchgegend erzeugte offensichtlich haben unsere Jungs nicht mit solch einem akustischen Effekt während des Angriffs gerechnet und übrigens auch nicht die durch diese Ausrufe erschreckten Zuschauer und das wirkte sich auf den nächsten Moment von Veleas Angriff aus wodurch sich unsere Jungs plötzlich wieder übereinander liegend wiederfanden diesmal war den Zuschauer nicht mehr zum Lachen zumute auch unseren Kämpfern nicht während Velea triumphieren die Hände hinter dem Rücken verschränkt ihr Aufstehen beobachtete hatten Stas und Victor scheinbar Zeit gehabt ein paar Worte zu wechseln denn als sie die Kampfposition einnahm änderte sich ihre Kampftaktik grundlegend und wurde ernster und professioneller Velea begab sich zunächst in eine defensive Abwehr aber nachdem er einige schwere Schläge auf den Körper und den Kopf durchgelassen hatte änderte er sofort seine Technik der Chinese nahm eine ungewöhnliche Stellung ein er ging sehr tief in die Hocke und aus dieser Position heraus begann er aggressive und schnelle Gegenangriffe zu starten sein Körper bewegte sich so elastisch geschmeidig und gleichzeitig blitzschnell als wäre er kein Mensch sondern ein dunkler Wirbel es war als würde er alles im gleichen Atemzug ausführen Bei jedem seiner harten Gegenangriffe imitierte der Chinese mehrere Schläge unter anderem in die Augen Kehlkopf Leiste und Herz Es entstand der Eindruck als ob er mit ihrem Leben einfach spielen würde Obwohl die Vorbereitung der Jungs gar nicht so schlecht war Wie sehr sie sich auch anstrengten waren sie sowohl technisch als auch in der taktischen Kampfführung will er deutlich unterlegen Der Kampf war so hart und aggressiv fast Kampfbedingungen Das es schien als ob sogar die Luft vor lauter Spannung elektrisiert war Ich stand aber wie auf heißen Kohlen auch Sorge um die Jungs Denn Veliar verwendete meist verbotene Techniken die er als ob er seine Gegner verhühen wollte einfach nur nicht zu Ende ausführte Das war eigentlich für alle klar dass eine unvorsichtige Bewegung von ihm tödlich für seine Gegner gewesen wäre Offensichtlich verstanden das unsere Kämpfe auch Denn im Gegensatz zu Veliar mussten sie hart arbeiten um ihre Abwehr zu halten Die Zuschauer standen in Anspannung Einige bangten um ihre Freunde Andere waren sichtlich von einem solchen Kampf fasziniert schau was für eine Technik stieß Andrei kostig in die Seite und dann sich schon an Sensei wendend und ohne den Blick von Veliar zu lassen fügte er hinzu toll Sensei was ist das für eine Kampf Kunst was denn für eine Kunst sagte Sensei angewidert der in einem Zustand unnatürliche Anspannung verharte und unsere Jungs während sie die Angriffe des Chinesen abzuwehren versuchten fest im Blick behielt dies ist die Schule der Assassinen Ninjutsu Stil eine sehr starke Schule sagte Andrei bewundernd von dem spektakulären Kampf ergriffen eine sehr hinterhältige Schule antwortete Sensei abrupt nun warum denn so strikt jeder hat seine eigenen Prioritäten griff Ariman das Gespräch auf als er die missbilligenden Kommentare von Sensei hörte zumal wir nicht nur in eurem freundlichen Land unterwegs sind sondern auch an ziemlich gefährlichen Orten auf der ganzen Welt sprach er als würde er Vilias Handlungen rechtfertigen und und offenbar um die entstandene Situation letztendlich zu entschärfen schlug er unerwartet sich selbst als Bearings Partner vor wenn dieser Stil Sensei so sehr stört dann kann ich persönlich für euch die vertrauteren Kampfstile demonstrieren Velia soll sich etwas ausruhen Ariman klatschte in die Hände und beendete das Baring anscheinend aus Respekt vor Sensei erklärte er den Kampf für unentschieden obwohl es auch so klar war wer ihn gewonnen hatte die Kämpfer machten die rituellen Verbeugungen Velia ging auf Ariman zu der ihm zuvor ein Zeichen gab und unsere Jungs bewegten sich schwer atmend schwitzend und angeschlagen auf und zu und versuchten währenddessen ihre geprellten Stellen intensiv zu reiben Valodia und Eugen klopften ihnen aufmunternd auf die Schultern die älteren Jungs begannen leise den Kampf zu besprechen wobei Eugen der Velias Können von der Seite gesehen hatte nicht mehr so bedrückt nach seiner Niederlage aussah im Gegenteil er hatte sich etwas aufgerichtet scheinbar durch die Erkenntnis dass er den Versuch unternommen hatte einen so starken Gegner ganz allein zu besiegen er mag zwar verloren haben aber zumindest hatte er an Erfahrung gewonnen zur selben Zeit stand Velia wie ein fürsorglicher Diener neben Ariman ohne außer Atem zu sein oder eine Spur von Müdigkeit zu zeigen und nahm von ihm den Hut das Sakko und die Krawatte entgegen die er in Vorbereitung auf das Baring abgenommen hatte der Chinese mit seinem stetigen Lächeln strahlte so eine Ruhe aus als käme er aus einer tiefen besinnlichen Meditation und nicht aus einem harten Sparing Ariman aber der mit einem kaum merkbaren Schmunzeln die begeisterte Diskussion unserer Jungs beobachtete krempelte die Ärmel seines schneeweißen dünnen Hemdes hoch und ohne seine Uhr und seinen großen goldenen Ring mit einem roten Rubin abzulegen die sehr ging er zum Kampfring und lud alle ein die an dem Sparing teilnehmen wollten ohne die Anzahl zu begrenzen man muss sagen dass er mit seinem schneeweißen Aussehen unsere Jungs anfangs etwas in Verlegenheit brachte denn auch Williard obwohl er gut kämpfte konnte Überschläge und Saltos im Sand nicht vermeiden aber er trug einen schwarzen Kimono den man abklopfen konnte sodass keine Spuren von einfach stutzig gemacht aber während die älteren Jungs den Mund hielten weil sie nicht wussten was sie von Ariman nach der Demonstration von Williards Technik erwarten sollten waren die Jüngeren offengesagt überrascht vielleicht sollten sie die Uhr abnehmen schlug Ruslan vor und nickte auf Arimans luxuriöse Rolex nicht dass sie versehentlich zerbricht Ariman lächelte seine Uhr anschauend und sagte macht nichts obwohl bring mich auf einen interessanten Gedanken lasst uns meine Aufgabe erschweren der erste der Angreifenden der mir einen Schlag versetzen kann wobei irgendein Hauptsache er trifft das Ziel bekommt diese Uhr als Geschenk und derjenige der mich zu Boden wirft erhält diese Jacht mit all ihren Bötchen winkte Ariman achtlos in Richtung seines prachtvollen Schiffs durch unsere Truppe ging ein Ruf des Erstauns Abgemacht riefen beinahe gleichzeitig Ruslan Kostik und André aufgeregt Die Jungs sprangen sofort in den Ring die schöne Uhr gierig anschauend Ariman merkte dass die älteren Jungs mit dem Einsteigen in den Ring etwas zögerten und sagte Ich Ich eine zusätzliche Erfahrung nicht. Die älteren Jungs gruppierten sich, tuschelten über irgendetwas und kamen in den Ring. Auch Victor und Stas, die kürzlich an einem Kampf teilgenommen hatten. Als Gruppe gegen sie vorzugehen ist nicht verboten, erkundete sich Valodia. In jeder Besetzung und jeder Kombination, betonte Ariman zufrieden. Eugen schaute die schneeweiße Jacht an, spuckte herzhaft in den Sand und sagte warnend, das war's Ariman, nach Hause gehst du von hier aus zu Fuß. Mit Vergnügen antwortete er mit einem Lächeln. Die älteren Jungs wurden von so einer olympischen Ruhe ihres Gegners hellhörig. Und die Jüngeren entspannten sich wiederum, anscheinend davon ausgehend, dass wenn Ariman von der Attacke der Profis abgelenkt wird, sie ihm bestimmt den heiß ersehnten Schlag im Wert einer Rolex versetzen könnten. In den Ring stiegen neun Mann von unseren Jungs, so dass als Zuschauer nur noch Tatjana und ich, Sensei Nikolai Andreevich und Viliya blieben. Die Burschen umringten Ariman im Kreis, wobei Stas und Victor sich vorne platzierten, Valodia und Eugen seitlich. Eugen stellte sich sogar etwas dahinter, um nicht in das Blickfeld seines Gegners zu kommen. Und alle anderen, Ruslan, Andree, Kostik, Slavik und Yuri, stellten sich hinter Ariman, davon ausgehend, dass dies die vorteilhafteste Position für die Erreichung ihrer Ziele sei. Nach der rituellen Verbeugung begann auf das Klatschen von Sensei der Kampf. Valodia, Stas und Victor begannen fast gleichzeitig, sich Ariman mit einem leichten, unauffälligen Trippeln zu nähern und machten antäuschende Angriffsschritte gegen ihren Gegner. Ariman aber blieb ruhig stehen und schaute durch sie hindurch, als ob er irgendwo hinblicken würde. Wie ich verstand, versuchten die Jungs mit ihren schnellen Täuschungsmanövern die Aufmerksamkeit des Gegners auf sich zu lenken und sein peripheres Sehen zu reizen. Den Moment genutzt, starteten sie den echten Angriff, wobei Stas mit einem My-Toby-Gary-Sprung auf den Kopf zielte und Valodia mit Victor versuchten, den Körper von Ariman zu treffen. Gleichzeitig warf sich Eugen, der bis eben noch stand, von hinten unter Arimans Hüße. Theoretisch verwendeten sie eine gewinnsichere Taktik, denn unter einem solchen Ansturm wäre Ariman sich verteidigend zurückgewichen und natürlich über Eugen gestolpert, dem unter die Füße gesprungen wäre. Und die Jungs hätten garantiert die Yacht bekommen. Aber entgegen aller Erwartungen machte Ariman mit Leichtigkeit einen Rückwärtssalto. Hinter Eugen gelandet, trat Ariman, sobald seine Füße den Sand berührten, abrupt einen Schritt zurück und nach rechts, um der Horde von Jungs auszuweichen, die zusammen mit den Älteren in den Kampf stürzten. Infolge eines solch plötzlichen und unerwarteten Positionswechsels von Ariman fielen die älteren Jungs, die über Eugens massiven Körper stolperten, auf den Burschen und obendrauf den Angriff aufgrund des Trägheitsgesetzes fortsetzend, fielen diejenigen, die versuchten, von hinten auf Ariman zu stürzen. Es entstand ein ganzer Haufen von herumkrabbelnden Körpern. Alles geschah fast augenblicklich. Slavik, der von den Attackierenden zurückblieb, fand sich praktisch eins gegen eins hinter Ariman wieder. Er ließ sich jedoch nicht beirren und versuchte ihm einen Schlag in den Rücken zu versetzen. Ariman aber, der sich leicht umgedreht hatte, fing seinen Arm geschickt ab, drehte den Burschen so, dass er auf allen Vieren landete. Und ohne ihm eine Möglichkeit zu geben, zu sich zu kommen, packte er ihn am Kragen seines T-Shirts und am Bund seiner Shorts und warf ihn auf den gesamten Haufen. Sensei und Nikolai Andreevich brachten beim Anblick eines solch absurden Versehens einfach in Gelächter aus, uns mit ihrem Lachen ansteckend. Sogar Velea erlaubte sich ein großzügiges Lächeln, stolz blickend auf das, was gerade geschah. Die Jungs begannen mühsam aus dem schändlichen Haufen zu krabbeln. Als letzter, den Sand ausspuckend, stand der angeschlagene Eugen auf. Man hätte sein Gesicht in dieser Minute sehen müssen. Es sah aus wie eine Sandmaske irgendeines Aborigines mit zwei Schlitzen anstelle von Augen, wobei der Bursche beim Aufstehen den Sand aus irgendeinem Grund nicht sofort abschüttelte, sondern nach demjenigen suchte, der ihn als erster in den Sand gedrückt hatte. Aber anscheinend erkannte er, dass er keinen Sündenbock finden würde, weil die ganze kampflustige Truppe als Gewicht diente. Versuchte Eugen, sich schnell in Ordnung zu bringen. Er schüttelte sich den Sand aus dem Gesicht und versuchte gleichzeitig, diesen aus seinen Haaren zu entfernen, wodurch seine Frisur einem Irokesenkamm ähnelte. Er warf einen entschlossenen Blick auf Ariman, der sich kaum vor Lachen zurückhalten konnte, dröhnte wie eine Militär-Trompete, seinen ganzen Unmut in die Worte hineinlegend. So, das war's! Die Jacht wird sicher unser sein! Und der Bursche stürmte als erster in den Kampf. Ihm nach stürzten sich chaotisch auch die anderen. Doch Ariman fich graziös, wie ein Torero, den Angreifenden aus, gleichzeitig die klassische Kampfkunst demonstrierend. Er agierte sehr schnell, fast unmerklich, keine Schläge versetzend, sondern verwendete elegante Würfe aus dem Aikido-Stil. Das erweckte den Eindruck, als würden die Jungs allein durch die Annäherung an ihn sanft Purzelbäume schlagen. All dies tat Ariman mit einer solchen Leichtigkeit, ungezwungen und elegant, dass er wirklich bei uns eine faszinierende Bewunderung auslöste. Sobald unseren Kämpfern deutlich wurde, dass ein spontaner Angriff sinnlos war, reorganisierten sie sich erneut mit Hilfe der älteren Jungs und ging schon organisiert zum Angriff über. Die Burschen nahmen Ariman in einem engen Halbkreis in drei Reihen auf, sodass eine Schachformation entstand. Sie stellten sich so auf, dass es in allen drei Reihen starke Kämpfer gab. In der ersten Vierergruppe waren Valodia und Viktor an den Seiten, in der zweiten Dreiergruppe in der Mitte war Eugen und in der letzten Zweiergruppe was das. Auf diese Weise rückten sie Ariman näher und drängten ihn Richtung Meer. Als der Streifen des trockenen Sandes endete, blieb Ariman stehen. Und dann ging es los. André und Ruslan, die in der ersten Reihe gingen und waren die ersten, die angriffen. Und sobald Ariman sich mit ihnen beschäftigte, nahm Eugen Anlauf und sprang mit einem Kampfschrei in den Yoko-Tobi-Gary-Beinkick. Er flog wirklich schön, genau wie im Film. Doch Ariman, der einen weiteren seiner Angreifer wegschleuderte, schafft es nicht nur Eugen Schlag leicht auszuweichen, sondern verpasste ihm auch noch mit dem Handrücken der rechten Hand, da wo der Ring war, einen Klaps auf den allerwertesten des Burschen. Als er dies tat, verwandelte Eugen sein Ki-Ai plötzlich in ein schrilles Ui-Ai und stürzte an Ariman vorbeifliegend ins Wasser. Er hob sich aus dem Wasser, ganz nass, stürnrunzelnd, verwirrt, intensiv seine verletzte wegen seiner hellen Idee gelittene Stelle reibend. Eugen stieg gemächlich aus dem Wasser, die Kampfzone meidend, wo die Jungs ununterbrochen von Ariman wegpurzelten. Der Bursche hinkte auf dem linken Bein. Als er zu uns heranhumpelte, immer noch seine geprellte, weiche Stelle reibend, hatte er Tränen in den Augen. Offensichtlich hatte er große Schmerzen. Er versuchte, sie jedoch auszuhalten, ohne seinen inneren Zustand zu verraten. Als der Bursche ankam, fragte Nikolaj Andrejevic scherzhaft, »Eugen, hast du schon aufgegeben?« »Ich?« »Nie im Leben.« »Ich habe nur nachgedacht. Wozu brauche ich diese Jacht? Vor allem in der Stadt?« Wir lachten über eine solche Entscheidung des Burschen, der nach dem Klaps von Ariman dermaßen schnell seine Wünsche änderte. Nach Eugen begann die Jungs einer nach dem anderen, nachdem sie ordentlich gepurzelt und genug Sand gegessen hatten, aus dem Kampf auszusteigen. Ihr einstiger Enthusiasmus verflog schnell, zumal Ariman, der mit den Jungs locker fertig wurde, recht munter und frisch aussah, als wäre er gerade erst in den Ring gestiegen. Unsere ausgeschiedenen Pechkämpfer hatten nicht mal Kraft, nach so einer Luftakrobatik vom Sand aufzustehen. Und wie wir wissen, laut ungeschriebenem Gesetz schlingt man denjenigen nicht, der schon auf dem Boden liegt. Deswegen bemühte sich niemand, vom Sand aufzustehen. Sie empfanden nur schweigend Mitleid mit ihren Kameraden, die Ariman weiterhin hartnäckig attackierten. Je weniger Kämpfer übrig blieben, desto demonstrativer und schöner zermürbte Ariman sie. Seine Bewegungen, Geschwindigkeit und Technik standen denen von Sensei nicht nach. Zu guter Letzt blieb nur noch Valodya übrig. Ariman ging um den Gegner herum und scherzte. Möchtest du wirklich unbedingt die Uhr oder Yacht gewinnen? Wozu brauche ich sie? Es ist einfach bitter um das Vaterland. Also gibst du nicht auf. Russen geben nicht auf, sagte Valodya mit seiner Bassstimme. Ariman seufzte und sprach mit einem Lächeln. Oh, diese Russen. Na gut. Valodya unternahm einen heftigen Angriff, in den er offensichtlich seine letzte Kraft steckte. Er schwang die Arme und Beine mit pfeifendem Geräusch die Luft durchschneidend. Und wenn auch nur einer seiner Schläge das Ziel erreicht hätte, wäre Ariman eindeutig in Schwierigkeiten geraten. Aber wie man sagt, das Schicksal wollte es anders. Ariman wich erstaunlich leicht aus und wehrte seine Angriffe spielerisch ab. Und dann, den Moment genutzt, gelang es ihm, Valodya so hochzuwerfen, dass er sich mehrmals in der Luft überschlug und rasant kopfüber flog. Wobei er sich das Genick zu brechen drohte. Aber Ariman schützte ihn geschickt und dank ihm landete Valodya akkurat, ohne traumatische Folgen, auf dem Sand. Ariman half ihm nicht nur weich zu landen, sondern ging in die Hocke neben ihm und fragte, wie sieht's aus? Valodya schaffte es mühsam, sich aufzusetzen. Und die Augen zukneifend schüttelte den Kopf. Das war's jetzt. Nun, wenn das alles war, dann war's das, sagte Ariman fröhlich. Er klopfte ihm freundschaftlich auf die Schulter und anscheinend aus Höflichkeit in Anbetracht des Zustands seines letzten Gegners stand er auf und machte allein vor ihm und Sensei eine rituelle Verbeugung. Unser begeistertes Publikum brach von dem Gesehenen in Beifall aus. Mit seinem meisterlichen Können, seiner Höflichkeit und Gutmütigkeit sowie seiner schonenden Technik eroberte Ariman einfach die Herzen der jungen Kämpfer. Eine hitzige Diskussion entbrannte, in deren Verlauf die Jungs begannen, sich in einen ordentlichen Zustand zu bringen. Klasse, schwärbten noch unsere Aktivisten. Ich wünschte, wir könnten auch lernen, so zu arbeiten. Ariman hat sich nicht einmal das Hemd schmutzig gemacht. Was für ein Können. Der Gefeierte zog sich in aller Ruhe die Krawatte, das Jackett an und setzte den Hut auf, obwohl es heiß war. Das ist großartig! Ihre Technik ist genau wie die von Sensei, sagte Stass und wandte sich an Ariman. Nun, wir hatten ja denselben Lehrer. Arimans Aussage löste ein echtes Interesse in unserer Gruppe aus, denn dies war das erste Mal, dass wir von Senseis Lehrer hörten. Die älteren Jungs wechselten die Blicke. Und Viktor fragte Sensei, Sensei, möchtest du vielleicht mit Ariman ein Sparing machen? Sensei grinste und sah Ariman an. Ja, das wollte ich schon seit langem. Ich habe ihn schon oft gefragt, aber er lehnt es immer wieder ab. Alle sahen Ariman in stummen Erstaunen an. Oh nein, antwortete er mit einem Lächeln und richtete seine Krawatte zurecht. Haben Sie Dank. Für mich ist es natürlich eine Ehre, aber jedem seine Wahl auf dieser Welt. Und offensichtlich, um dieses Thema nicht weiter zu vertiefen, sagte er eilig. Also wie die Deutschen sagen, Krieg ist Krieg, aber das Mittagessen ist nach Plan. Ich sehe, dass alles schon bereit ist. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie zu Tisch. Unsere Gruppe drehte sich in die Richtung erstaunt um, wohin Ariman uns mit einer Geste einlud. In der Aufregung hatten wir das Mittagessen völlig vergessen. Um ehrlich zu sein, hielt ich persönlich Arimans Antwort auf diesen Vorschlag für einen Scherz als Reaktion auf Eugens-Klaunerie. Aber selbst wenn mein Bewusstsein die Umsetzung dieser Idee vorschlagen würde, wäre das vermeintliche Bild ein Tisch mit belegten Brötchen, Würstchen, Getränken, notfalls auch mit von der Yacht mitgebrachten Früchten gewesen. Mein ganzer Vorrat an Eindrücken, aus Filmen über genügsame reiche Leute sozusagen. Doch das, was wir sahen, hat uns verblüfft, denn es übertraf all unsere Erwartungen. Nicht weit von unserem Lager entfernt war eine komfortable Konstruktion in Form eines riesigen Zeltes aus fürsichfarbener Seide, das am Ufer aufgestellt war. Das Dach dieses Zeltes hatte eine silbrig glänzende Farbe, als ob es mit einer dünnen Folie überzogen worden wäre. Hinter der halbdurchsichtigen Seide befand sich ein großer weißer Tisch, der mit irgendwelchen farbenfrohen Speisen gedeckt war. Wir konnten unseren Augen nicht trauen. Von solcher Pracht stockte uns der Atem. Der einzige aus unserer Gruppe, der von dieser ganzen Ausstattung nicht überrascht war, war Sensei. Er seufzte nur, auf das Zelt schauend und sagte mit einem Lächeln zu Ariman. Nun, du bist wie immer in deinem Element. Er lächelte zufrieden über den bei der Gruppe erzeugten Eindruck und antwortete Sensei lachend. Na, was soll man machen, Gewohnheit. Natürlich. Alles ist großartig, danke. Aber du kommst gerade zur rechten Zeit. Als ob du wüsstest, dass heute mein Fastentag ist, sagte Sensei halb im Scherz. Ja, sehr schade, antwortete Ariman immer noch lächelnd und fügte mit einer resignierenden Handbewegung hinzu. So wie ich dich kenne, bestehe ich nicht einmal darauf, aber sei wenigstens beim Essen dabei. Und lass die Jungs von meinen Speisen probieren. Ich bin mir sicher, dass sie so etwas noch nie in ihrem Leben gekostet haben. Das stimmt, schmunzelte Sensei und sagte mit den Schultern zuckend, es ist nicht schwer für mich. Ich werde dabei sein. Und sie sind erwachsen. Sie haben das Recht, für sich selbst zu entscheiden. Ariman lächelte wieder zufrieden. Und mit einem flüchtigen Blick auf unsere erstaunte Gruppe, die diesem Gespräch lauschte, sagte er schnell und, wie es mir schien, absichtlich laut. Mach dir keine Sorgen. Ich habe alles bedacht. Es wird dort keine alkoholischen Getränke geben. Und dann, an die Jungs gerichtet, entweder im Scherz oder ernsthaft, sagte er. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich endlich mal eine nicht trinkende Gesellschaft getroffen habe. Ich bin müde von diesen endlosen Präsentationen, Cocktailpartys, Diners und Geschäftsessen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, mir wird schon übel, wenn ich auf diese Geldsäcke schaue, wie sie sich bis zum Rand vorlaufen lassen. Auf diese vor Langeweile sterbende Salon-Elite. Diesbezüglich hat Alexander Sigilvich Puschkin im siebten Kapitel von Eugen Onigin. Sehr gut gesagt. Nur sind im Zimmer alle Ohren, gerichtet stets auf das Mumpitz. Herum ist alles nur scheinheilig, sogar ihr Lästern ist langweilig. In unfruchtbarer Trockenheit, in Reden jeder Neuigkeit, glänzt ganzen Tag bei den Gesprächen. Kein einziger Gedankenblitz, kein Herzenschlag, nicht mal beim Witz. Dein Hirn ist nicht zu scherzen fähig, wenn dummer Witz sogar mir fehlt. Bei dir, o hohe leere Welt. Tja, damals wie heute hat sich in diesem Milieu nichts geändert. Mit eurer Gruppe zum Mittag zu essen, Freunde, ihr werdet es nicht glauben, ist eine große Ehre und eine riesige Freude für mich. Ariman hat uns mit seinen Worten, wie man so schön sagt, umgehauen. In gewisser Hinsicht hatte ich sogar Mitleid mit diesem Mann, der der hohen Gesellschaft dermaßen überdrüssig war, dass er sich mit dem alltäglichsten Leben in Berührung kommen sehnte. Doch dann, auf dem Höhepunkt unserer Faszination von Arimans Worten, leistete sich Eugen einen neuen Lapsus. Er nickte würdevoll und sagte mit Pathos, seine Hände in Vorfreude reibend, warum denn nicht zum Mittag speisen? Ein Mittagessen auf Kosten eines anderen ist immer ein Hochgenuss. Faszination von Arimans Worten Faszination von Arimans Worten Faszination von Arimans Worten Faszination von Arimans Worten Faszination von Arimans Worten